Der englische rechtsvertreter Trip hier ist zur Zeit als Player Objects in FIFA 22 zu erspielen. Also ein cooles Weihnachtsgeschenk von EA und den müssen wir uns mitnehmen, weil wir uns ihn komplett erspielen. Wir bekommen am Ende für eine Aufgabe sogar einen Player Token von den Wildcard Tausch-Systemen, was wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen dürfen. Also es lohnt sich diesmal sogar doppelt diesen Player Object mitzunehmen, Jungs. Ich zeige euch in dem Video, was für ein Team ihr nutzen solltet, damit das ganz schnell geht und wie ihr die Aufgaben am besten löst. Ich würde sagen, dazu gehen wir jetzt direkt rein in ein Video. Bevor wir starten, lasst sehr gerne noch ein Abo da hier auf den Kanal, damit wir die 1000 Abonnenten vielleicht dieses Jahr schaffen. Es fehlen nicht mehr viele, ihr seht selbst, Jungs. Pusht einfach den Kanal auf die 1000. Wäre sehr, 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 sehr cool. Genug jetzt dazu gelabert. Ich würde sagen, wir gehen rein in das Video und schauen uns an, wie wir diesen Trip hier schnell und easy von der Bühne bekommen. Peace, Mates, was geht ab? Und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute gibt es wieder einen Player Object, eine neue Karte. Sehr, sehr gut ist die Karte diesmal auch wieder. Wir gehen direkt rein. Ich weiß nicht, ob das Video noch am 24. online kommt. Wenn es so ist, Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal frohe Weihnachten. Kann auch sein, dass es so mitten in der Nacht kommt. Denke ich wahrscheinlich. Je nachdem, wir haben eine Winter Wildcard Karte wiederbekommen. Und zwar Tripier. Ich habe schon gesagt, dass er kommen wird bei TikTok vor zwei oder vor einen Tag ungefähr. Er ist gekommen. Die Stats, ja, die gehen schon ziemlich fit. Also wir bekommen noch ihn hier dazu. Aber erstmal an sich der Tripier. Die Karte, da macht man nicht viel falsch. Wir haben hier einen Rechtsverteidiger mit 88 Pace. Ist es vielleicht nicht so schnell. Also geht schon fit. Aber eigentlich mag ich nicht so Leute unter 90 Pace auf außen zu spielen. Aber kann man trotzdem auf jeden Fall spielen. Wir haben noch ein 82 Dribbling und ein 83 Defending und ein 87er Pass. Und vor allen Dingen vier Stände Weakfoot. Das ist sehr, 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 sehr gut, finde ich. Die einzelnen Stats, ein Antritt von 89. Flanken 91. Effet 91. Also das sind alles sehr, sehr, sehr gute Stats. Hier man sich mitnehmen kann. Er kann einen weiten Einwurf. Er hat Zuverlässigkeit und ein frühes Flanken. Also den sollte man sich mitnehmen sowieso. Wenn man ihn gar nicht einbauen kann. Ich kann ihn sehr, sehr schwierig einbauen. Dann nehmen wir uns mit als SPC-Futter. Denn wenn wir das Ganze machen, bekommen wir auch noch. Also jeweils die Packs für die Aufgabe. Und für die erste Aufgabe bekommen wir auch noch ihn hier. Diese Winter Wildcard-Karte. Die ihr euch auch mitnehmen solltet. Einfach damit ihr so viele Winter Wildcard-Karten wie möglich mitnehmen. Diese Token. Weil am Ende wollen wir die ja einlösen. Ab dem 26. Für nice Rewards. Ich habe jetzt 11 Tokens. Ich spare auf 15 Save. Ihn kann ich mir mitnehmen. Das sind wir schon bei 12. Dann auch den von den Silverstars sind wir bei 13. 14 mit der heutigen SPC und mit der morgigen sind wir schon bei 15. Dann gibt es das Thema 85 Plus Upgrade. Darauf sollten eigentlich alle sparen. Das ist eigentlich das beste Pack, was es so gibt. Die Aufgaben für ihn sind sehr leicht. Gucken wir uns die mal an. Sind wieder nur 4. Das erste erzielt im Live-Foot-Freundschaftsspiel. Freundschafts-Frost. 8 Tore per angeschnittenen Schuss mit Engländern. Easy. Dann müssen wir in diesem neuen Modus Freundschafts-Frost 3 Tore mit Verteidigern vorbereiten. Dann müssen wir in diesem neuen Freundschafts-Frost-Modus in 10 separaten Partien mit La Liga-Spielern treffen. Also am besten holen wir uns einen Tripier und machen mit dem einfach Tore. Dann bereiten wir vor, weil da haben wir hier ihn als Engländer oder noch als La Liga. Beides passt direkt. Und dann müssen wir 5 Partien gewinnen in diesem Freundschafts-Frost-Modus. Also allzu schwer ist das nicht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und ich zeige euch, was für ein Team ihr nutzen solltet, damit das schnell und vor allen Dingen easy von der Bühne geht. So sieht das Team aus, was ich gebaut habe. Es ist nicht komplett voll und ich werde es alles erst mal erklären. Also wir haben hier erst mal in diesem Modus keine Voraussetzungen. Wir dürfen, die einzige Regel ist, wir dürfen nur einen Leihspieler haben. Haben wir nicht, passt. Und das Ganze ist Max Chemie, deswegen habe ich es so gebaut. Wir brauchen Engländer, wir brauchen also Tore mit Engländern, Tore mit der Liga-Spielern und wir brauchen noch Vorbereitung mit Verteidigern. Deswegen haben wir einmal Kai Walker und den Tripier auf Außen. Nicht auf Außenverteidiger, sondern auf den Außenbahnen, so dass die ein bisschen hoch und runter laufen können und auch easy vorbereiten. Mit Tripier könnt ihr auch direkt Tore machen, weil er ist Engländer und auch eine Liga-Spieler. Da macht ihr beide zum einen. Inaki Williams habe ich genommen, weil er einfach sau sehr schnell ist und auch eine Liga-Spieler ist. Jamie Vardy ist einer der besten englische Stürmer, finde ich. Pace passt, Schuss passt, alles super. Weil Werder und Lorente sind die teuersten aus der Liga. Ihr könnt auch billiger Varianten nehmen, wenn ihr schon welche habt. Aber das sind so die besten, weil das sind einfach Allrounder. Die können irgendwie alles. Haben Pace, können schießen, damit könnt ihr alles machen. Und der Fredericks ist einfach ein sehr, sehr schneller rechter Außenverteidiger noch allgemein auch von England. Und den Rest könnt ihr auffüllen, egal was ihr habt. Das Ganze ist full Chemie. Also ich kann gucken jetzt zum Beispiel in meinem Verein und packe da jetzt irgendwas rein, was ich gerade habe. Es müsste ein Hernandez sein zum Beispiel in meinem Fall. Wenn ich auf die Position gehe, zack, Linksverteidiger. Also es ist sowieso Max Chemie. Nehme ich jetzt Hernandez rein. Der hätte dann dadurch full Chemie. Müsst ihr gucken, was ihr habt. Also ich würde das Ganze jetzt so bauen. Im letzten Video wurde gesagt, die Spieler, die ich gezeigt habe, wären zu schlecht. Und ja, ich habe immer darauf erachtet, dass der Preis wirklich so ist, dass sich das wirklich jeder leisten kann, der sozusagen gerade jetzt anfängt mit FIFA. Dadurch wurden die Teams ein bisschen schlechter. Und ich habe immer gesagt, die Teams sind nur Muster. Sie sollten das nicht ganz so nachkaufen, sondern gucken, was ihr habt. Und wenn ihr gar nichts habt, so bei Null anfangen. Und ich werde auch die Teams etwas teurer zeigen, weil es ist einfach so, ihr braucht Coins. Das ganze Team würde jetzt, also die Dreamscrew-Spieler, die ich euch gezeigt habe hier, außer die, die ich selber jetzt dazu gefügt habe, das Ganze würde 36k kosten. Klingt teuer, sollte aber jeder von euch auf der Uhr haben, denke ich mal. Aber ihr könnt ja auch billiger Varianten nehmen. Ihr sagt, glaube ich, ja komm, scheiße, Florente. Mir reicht Inaki Williams und Trippier und der Valverde als La Liga-Spieler. Dann könnten wir rein theoretisch den Florente auch aus unserem Team raustun. Und dann kostet das Ganze nur noch 24k. Und irgendjemanden reintun, den ihr sowieso gerade im Team habt. Das wäre in meinem Fall zum Beispiel der Blonk. Jetzt einfach das Beispiel. Da müsst ihr gucken, was ihr habt. Und den Rest einfach so, wie ich es euch gezeigt habe. Das Ganze ist Max Chemie. Der braucht auf nichts achten, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr werdet den Typen so schnell wie möglich freischalten können. Und ansonsten wäre es sehr, sehr nice, wenn wir uns bald wiedersehen. Hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Also lasst ein Abo da. Für die tausend Abonnenten dieses Jahr noch. Gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, haut rein. Aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.